Leute von heute, hallo. Mutti mit 5. Schnudel-Gigit-Guti-Gigit-Gu. Hihihihi. Guck, weißt du, klebst du fest? Mit dem dicken Bauch oder was? Das hat er aber geübt, sich da runterher zu quetschen. Ist das komisch mit so einem Ding, ne? Das ist echt der Hammer, mit und ohne Kamera. Halt, die Kamera tut dir nix. Du bist doch eigentlich ganz normal. Da fällt nur Mutti drauf rein. Stui, bittui. Hoppa, Entschuldigung. Mal gucken, was Dickerchen macht. Da hat Dickerchen nicht mitgerechnet. Dickerchen ist aber auch ganz normal. Dem ist einfach nur warm. Von Mutti übern Haufen gerannt. Auch das noch. Was war das denn für ein Supersprung? Voll gut. Sportiv, sportiv. Fuß.